Willkommen zurück zu Project Zero, Leute! Dämonenjagd, ja, das wirkliche Ritual haben wir beendet. Genau, und wir sind jetzt hier wieder... Stimmt's an der Wand? Oh ja, deswegen leuchtet's auch so. Oh shit, ey, was soll ich essen? Wie geht's nochmal? Entschuldigen, aber das verleiht man so schnell. So eine bekackte Steuerung wie in diesem Spiel, ne? Was ist das? Aus dem Fotos eine Schriftrolle zu sehen, sieht aus wie eine Abbildung der Dämonenjagd-Schriftrolle. Aha! Und was bringt's mir jetzt? Hm, ich weiß nicht. Wurde in die Akte gelegt. Da klezert's, ne? Ich weiß, wer das in Gräuter liegt, ne? Ah, Film, okay. Oh, 14er. Aber war das der Schwache, ne? Das ist der Schwache. Stimmt, 14er war der Schwache. Und da liegt noch Wacht, ne? Guck, äh... Frau, mehr Verzettel liegen auf dem Boden, sieht aus wie Teile eines Notizbuchs. Mafuyu's Notizbuch! Mafuyu ist der Bruder! Ah, okay. Gut, äh, ich muss ohnmächtig geworden sein. Ich fürchte, es ist zu spät, um Herrn Pakamine zu behelfen. Wäre ich nur früher gekommen. Die Geister in der Villa sind sehr mächtig. Irgendwo hier muss die treibende Kraft dieses Fluchs liegen. Ich muss sofort anfangen, der Nacht zu suchen. Mafuyu's, äh, bla bla bla. Okay. Da liegt auch noch ein Buch, ne? Siehst du irgendwo was? Da? Da? Da liegt noch was. Gehen wir noch mal, da lag auch noch was rechts. Bisschen rechts noch mal, oder? Ah, ne, es war nichts, okay, okay. Ja, auf jeden Fall da in der Ecke. Hier, da lag noch was. Kräuterlikör. Das glänzt mir hier auf dem Regal. Geisterstein! What the fuck? Was war das? Was war das bitte? Das war der Kopf von der Puppe. Der Kopf von der Puppe, aber echt, gell? Alter, ich hau ab. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Ach, die TAV! Danke. Ach, wie schnell wir da! Alter, ganz ehrlich. Der Sprinter, oder wie wär das? Das ist ja keine Chance. Das war jetzt echt ein bisschen arg schnell. Das haben wir gerade überhaupt keine Ahnung, was er... Oh nein. Hast du kein Auge da? Oh Gott! Oh Gott, so Schimmel! Halt, das ist ebensollig! Ich renne, ich hör's nicht. Wo bist du Frau? Oh Gott! Ein bisschen weit weg, aber egal. Haben wir ja auch den Scheißfügel drin, hab ich? Oh, oh, oh! Oh, Schlitter! Hey, wie schnell ist sie denn da? Lass nicht los! Da ist der Frau! Oh Gott, ey! Oh, du bist ein bisschen nah, oder? Oh, was, ja? Oh Gott, ja! Oh Gott! Was ist das denn? Oh Gott! Verdammt, ja! Oh Gott! Oh Mann ey! Hey komm, geh weg! Wir gehen uns ja nach Blenden. Zum Glück will die Frau uns ja auch nicht umbringen. Ne, ne, sie fängt doch hin. Alter, steckt einen am Baum, ey. Okay, das war's. So. Was ist das bitte? Hinter dir hängt noch einer am Baum. Alec, ich hab ja keine Augen. Die Blinde wahrscheinlich, ja, du gehst so was, ne? Ich muss mal auf den Fotos angucken, die du hieß. Oh, okay, da hängt doch niemand mehr. Ah, was ist das? Meine Tochter hat nur ein bisschen Dämoniak gespielt. Just a little bit. War das jetzt nur ein Spiel, oder was? Was, wenn sie mal ernst macht? Ich hab keine Ahnung. Guck mal kurz, wie die hieß auf dem Foto. Hey, sehr gut. Da liegt stehen. Ja, ich hätt eher als Bock auf ein bisschen Kräuterlikör. Augenlose. Ah, guck mal. Mit Kreis können wir die Fotos behalten. Ach so. Also dann können wir sagen, okay, das muss, das soll geschützt werden, das Foto. Ach so, okay. Weil wir, äh, ja, wir verschwinden ja immer wieder, wenn die Neuen kommen. Ja. Okay. Ja gut, brauchen wir nicht unbedingt noch. Das geht zwar dann. Das geht zwar dann. Bitte lass es ein Kräuterlikör sein. Oh, Geisterstein. Sag mal, können wir das irgendwie aktivieren jetzt noch? Der Geisterstein bringt immer diese Spezial, äh, die Spezial. Ah, die haben wir ja. Wir haben ja schon eine Spezialkraft. Ja, wie hieß die nochmal? Druck. Geister wegschieben. Ah ja, das war ja ganz cool. Wie machen wir das nochmal dann? Auf L1 laufen? L1? Das heißt, das verbraucht dann ein... Da, ein Zusatz frei. L1 war im Zusatz, äh, ja. Das musst du ja merken. Ja, aber damn, ähm, weißt du, wie ich mein, wo müssen wir jetzt lachen? Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich, du. Ist jetzt eine gute Frage, ne? Alter, zerbrochen. Es war jetzt auch schon wieder eine Weile her, wo wir gesagt haben. Die Schro... Wir müssen die Schriftrolle mit der Dämonenjagd finden. Ja. War die... Haben wir die schon mal gesehen, ich glaub nicht, oder? Vielleicht in dem Tempel? Sollen wir zurück zum Tempel laufen? Ja, also wenn ich ins Haus zurück hätte, hätte ich jetzt keinen Bock. Die kamen ja von dort. Vom Tempel jetzt, oder vom Haus? Die kamen jetzt vom Haus. Ach so, du meinst, ich hab doch keine Ahnung, oder? Vielleicht kommt da irgendeine Zwischensequenz. Ja, komm, wir laufen mal zum Tempel. Laufen wir mal zum Tempel. Ich hab auch keine Ahnung, was ist das? Ach, komm, wir laufen einfach. Ist ein bisschen leise, gell? Nööööööööö. Wird ihr laut? Bei mir geht's auf jeden Fall. Mach's das so wieder? Penetrant? Ja, ist das für einen Raum? An den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah, dann liegt was. Steinspie-... Achso, ja. Ja, da kann man ja, glaub ich, nur ein bisschen aufnehmen. Einmal. Alter. Du, dein Scheißkind. Ah, ganz ehrlich. Das kann man doch nicht fotografieren. Hier entlang. Wo? Hey, wir konnten da noch gar nicht rein, oder? Oh nein, das ist aber nicht ein langarbiger Mann, oder? Doch, das ist ein langarbiger Mann, oder? Ja, das ist ein langarbiger Mann. Das ist ein langarbiger Mann. Ich hab ab. Oh, wir haben keine Energie mehr, ne? Boah, ist das schnell. Das Arschloch. Zum Glück muss ich spiel, nicht ich. Ich bin total versagen. Boah, Energie, gell? Boah! Die Spezialkraft kannst du mal aktivieren, gell? Oh, ja, das war echt mal. Das kann passieren. L1. Bis gleich. War das jetzt schon? Nein. So. Ah, man muss ja jetzt aber anziehen, ne? Ja, ja, so, dann funktioniert das. Ja, cool. Ich bin nur noch sechs, sechs Mal kann ich das versagen. Gelenk! Mach' mir mal. Ein Stück. So. War das aber ganz cool, ne? Na, es kostet jedes Mal ein Steiler. Aber ich mein, wir haben jetzt echt kaum mehr Energie, also, eine bessere Situation wie hier gibt's gar nicht. Oh, komm, komm, komm. Ja, sehr gut, ey. Was gut gemacht. Hey, cool, nicht nett? Ja, ja. Echt nicht gut. Man muss ihn ja dabei anziehen, wenn du... Aber man hat echt nur wenig, ne? Also, wir haben jetzt die ganzen Geischersteine gesammelt, bisschen. Und haben nur vier. Danke. Die scheiß Kamera weg. Da hinten liegt mir was. Oh, das ist ja dieser Scheiß-Spiegel. Oh, Mann! Spiegelstein. Ey, da brauch ich unbedingt so einen Kräuterschnaps. Da ist die Stadt drin. Ist abgeschlossen. Achso, da kann ja um die Ecke. Warte. Was ist denn da vorne? Was? Da ist irgendwas. Ey, nur noch 17 Filme. Ja, von dem schlechten, da von den anderen. Was ist das? Ein anderer Ort, okay. Was ist das für ein Ort, bitte? Das ist eine Treppe. Oh, ich hab keine Ahnung. Das heißt, wir müssen irgendwie... Aber müssen wir schon wieder suchen? Nee, das gibt es da nicht, oder? Jetzt können wir da nicht langweilen, weil das Ding zu ist, oder was? Wahrscheinlich, ja. Gucken wir kurz auf die Karte. Also, wir müssen hinter diese Türe kommen. Was sind wir jetzt? Ich sehe es nicht. Ja, wir sind da. Genau in der Mitte. Okay, und wir zielen gerade auf dieses Treppenhaus, ne? Ja. Das ist hinter der Tür. Aber da ist es nicht. Aber da ist schon eine grüne Tür. Da kommen wir doch irgendwie dahinter, oder? Wo? Hier, meinst du dir? Ja, ja. Das führt wieder nach draußen. Das ist draußen. Das ist der kleine Puppenraum. Hier, Puppenzimmer. Ja, ja, ja. Wir können auch hier rein. Oder wir können auch noch da hin. Ach, ich glaube, hier müssen wir nicht hin. Abgrund. Also, wahrscheinlich müssen wir echt rein wieder. Und von innen halt wieder alles durchforsten. Hier sind jetzt andere Türen offen. Das kann natürlich sein, ne? Das muss doch natürlich sein. In der dritten Lack. Ah, das hast du auch gehofft. Das Tür kann man doch nicht aufmachen, ne? Wie viel haben wir von denen? 53? Ja. Ist gut eigentlich. Nur 16 davon. Okay, ich behalte mal kurz. 14. Wenn sie leer sind, sind sie leer. Dann müssen wir halt die Baseball nehmen. Kommt aufs Wort. Ja, ja. Ich geh mal nach oben. Oh, ja. Warte. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Da war grad was. Da. Spiel geht wahrscheinlich nicht. Das ist das hier. Flachik, guys. Was ist das für ein Flachik, guys? Wir müssen nichts suchen. Ey. Das ist schon da. Sehr gut. Das war's. Ey, aber ich geh, das ist Treppenhaus. Das hätt ich jetzt nicht gedacht, gell? Ich auch nicht. Jetzt hätten wir wahrscheinlich das ganze Haus durchforscht. Das war jetzt die erste Vermutung. Dann hab ich gedacht, oh nee, komm. Das ist so einfach. Kannst du nicht. Ich so, nee. Cool. Ich möchte da nicht rein. Kein Talisman mehr, die Kraft, die die Tür verschlossert ist. Ich verschlossert. Thank you. Also, wir sind da echt auf dem richtigen Weg. Oh man, ich mag diesen Raum überhaupt nicht, gell. Das ist kein Raum, da geht's, glaub ich, eher. Alter. Gott, du hässliches, rennendes Kind. Ja, was? Oder? Nee, leider nicht. Mikoto, du bist zu langsam. Die spielen irgendwie ein Spiel, ne, die Kinder? Schon wie ein 37er. Die spielen Dämonenjagd. Mikoto, wer ist Mikoto? Hey, waren wir hier nicht schon mal? Waren wir in so einem ähnlichen Raum? Doch, doch, hier waren wir schon. Weiter mit dem Sie. Oh, ähnlich. Komm, was reinwerben? Ja, auch, wir sind ja gleich rein, ja. Hier haben wir gegen Tomo gekämpft. Gell? Aber es war vielleicht ein anderer Raum, oder? Ne, das war schon der Raum. Echt? Aber wieso kommen wir jetzt da nicht durch? Ja, einfach jetzt, weil es halt, ja, neu, neues Kapitel. Ich dachte, ich habe mal das rotes, ey. Komm, lauf. Was? Ah. Schon wieder? Ja, okay. Das haben wir sicherlich wieder irgendein Schriftstück. Ich sehe mit Mühe. Das ist gerade so Shinto-Ritual blend und am Tag des... Eigentlich haben wir doch schon mal gelöst. Blend? Scheiße, das muss mir mal wieder raus. Am Tag des... Ich sehe mit Mühe, gell? So, das ist, was wir da hatten. Ja, das ist... Wir müssen echt was Neues tun. Wir müssen halt das Shinto-Ritual, nicht Mühe-Ritual, sondern das Shinto-Ritual müssen wir finden. Da haben wir auch nichts. Ne, gut. Machen wir uns auf die Suche. Das gibt's ja nicht. Jetzt müssen wir wegen einem Schnipsel, dann müssen wir uns hier rumlaufen. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das wird was. Das Ding ist ja riesig. Ja, das hat aber keinen Anhaltspunkt. Das kann jetzt sein. Ich geh mal hoch. Damit wir mal das hier komplett haben. Dann gehen wir wirklich so... Wieso musst du auch immer nachts sein? Da kann doch mal die Sonne aufgehen, oder? Aber echt. So einfach so... Hast du eigentlich schon das Ding gerade mit dem Sinn genommen? What the fuck? Komm, das ist doch wieder so ein Kopf angeflogen. Mein Controller vibriert. Oh, da oben. Fertig, da? Alter, da ist doch irgendwie was mit ganz koscher. Ich bin vielleicht hinter uns, also... Da hinten dran? Ja. Auch nichts zu sehen. Ach, ist die kleine Scheißtür? Mir hilft nichts. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Hä, was war das? So ein Plänen, bitte? Genau, am Fenster sieht es echt komisch aus. Ja, das ist total geschwommen. Aber irgendwie... Ja, bleib mal da oben stehen. Wie geht es denn? Nee, das ist einfach nur ein Grafikfehler. Wahrscheinlich nur ein Grafik-Bug. Schon also... Ja, gut. Guck mal mal, weil... Ah, Frau, bitte! Das ist übelsterblich, gell, du? Hm. Ah, nein. Scheiß was. Warte, eben hast du geleuchtet? Das ist ein bisschen komisch. Bitte. Da. Das ist doch das Fenster. Ja, jetzt sieht man es, Alter. Was ist da wieder? Mönch? Ich... Was? Ah, der Dunkel? Okay. Was bringt er uns? Ich hab nichts.